Mysteriöser Unfall in Fulda. Ein 39 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend in Fulda schwer verletzt worden. Gegen 21.40 Uhr soll er bei dichtem Schneefall auf der Straße Ahornweg gelegen haben. Ein 74 Jahre alter Autofahrer erkannte den dunkel gekleideten Mann zu spät und überrollte ihn. Der 39-Jährige wurde eingeklemmt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ob er auf der schneebedeckten Straße ausgerutscht war oder warum er dort lag, ermittelt nun die Polizei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017